Musik Sindbad war von zu Hause fortgelaufen. Heimlich hatte er sich mitten in der Nacht an Bord des größten Segelschiffes von Bagdad geschlichen, um mit seinem Onkel Ali die sieben Meere zu bereisen. Er wollte sich endlich seinen Traum erfüllen, richtige Abenteuer zu erleben. Natürlich war Onkel Ali im ersten Moment wütend, als er Sindbad entdeckte. Aber Sheila, die kleine sprechende Vogeldame, überredete Onkel Ali, es doch einmal mit Sindbad zu versuchen. Oh! Wollt ihr mich wohl in Ruhe lassen? Macht, dass ihr fortkommt! Los, fliegt weiter! Was wollt ihr überhaupt? Es ist doch weit und breit kein Land in sich. Kapitän, sprechen Sie ein Bachtwort! Ich kann die Möwen nicht loswerden! Fliegt woanders hin! Haut ab und lasst euch hier ja nicht wieder blicken! Ich kann mir nicht helfen, das gefällt mir nicht. Normalerweise dürften hier überhaupt keine Möwen sein. Eigenartig. Möwen sind doch nichts Besonderes. Hier wird es eine Insel geben. Nein, daran kann es nicht liegen. Ich durchkreuze nun diese Gegend seit 20 Jahren und habe hier noch nie eine Insel gesehen. Vielleicht warst du hier noch nie am Tag. Oder es war immer Nebel. Ach Sindbad, es hat keinen Sinn, dass du dir die Augen ausschaust. Hier gibt es weit und breit keine einzige Insel. Natürlich! Doch da hinten! Ich sehe eine! Ja, eine Insel, onkel Ali! Ach, bin ich recht, habst du meine Taten nicht! Aber Sheila, du hast uns mal wieder angelogen. Harun, kannst du irgendwo eine Insel entdecken? Ganz weit hinten, da wo der Himmel ins Wasser fällt! Nein! Nimm das Fernrohr! Ja, mach ich ja schon. Weit und breit kein Land in Sicht. Ist hier ja auch nicht gut möglich. Na bist du jetzt überzeugt, Sindbad? Dein kleiner Vogel hat dich an der Nase herumgeführt. Wie kannst du denn nie die Wahrheit sagen, Sheila? Nur weil ich ein Vogel bin, glaubt mir mal wieder kein Mensch auf dem Kahn hier. Ich könnte mir alle Federn einzeln ausreißen, vor Wut nicht zum Aushalten. Als Vogel auf einem Schiff ist man der letzte Dreck. Ich will euch was sagen, mit dem nächsten Schiff fahre ich zurück. Hahaha, hier kommt so schnell kein Schiff vorbei. Hahaha, hier kommt so schnell kein Schiff vorbei. Oh, Alain, was hast du mit uns vor? Sheila hatte recht. Wenn ich das nicht mit meinen eigenen Augen sehen würde, ich würde es nicht glauben. Land in Sicht! Oh, Alain, was hast du mit uns vor? 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 Vielen Dank.